Erstens hatte ich euch vor so ungefähr sechs, sechseinhalb Wochen mal erzählt, dass ich jetzt ein bisschen mehr Arbeit habe und mich weniger um Bilder kümmern kann, E-Mails beantworten und sehr straight immer alles durchziehen muss. Und diese Phase wird in gut anderthalb bis zwei Wochen endlich zu Ende gehen, dass ich mal wieder ein bisschen Luft schnappen kann. Und Punkt zwei, es ist ja momentan nicht so viel los beim Wetter. Deshalb versuche ich diese Sendung so abwechslungsreich und intensiv wie möglich zu halten, dass alles abgedeckt ist. Und sollte sich wieder erwarten, irgendwas ergeben heute im Laufe des Tages, dann melde ich mich nochmal. Ansonsten wird das das einzige Video sein. Grüße Sie und grüße euch. Wir starten mal mit ein bisschen Hoffnung. Es wird schon wieder der Winter komplett abgeblasen, weil der November jetzt mild ist. Und jetzt habe ich mal drei Beispiele rausgesucht. Wenn wir einen sehr milden November hatten, folgte danach ein kalter bis sehr kalter Winter. Hier zum Beispiel ein extrem milder November, der frühere Rekordhalter aus dem Jahre 2009. Der ging jetzt um diese Zeit dann nach oben und taumelte ganz, ganz, ganz weit oben rum, ging dann runter und es folgte zumindest in der Nordosthälfte Deutschlands ein sehr strenger Winter, wo auch die Ostsee zugefroren war. Der Winter davor, 1986-87, brachte ebenfalls einen sehr milden November für damalige Verhältnisse mit einem Plus von fast zwei Grad. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, noch viel, viel weiter, 1928, das war ebenfalls ein sehr milder November, der grundsätzlich fast immer über der Durchschnittslinie war und rund zwei Grad zu warm und das vor fast 100 Jahren. Und es war der strengste Winter dieser ersten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts. Und umgekehrt ist ja die Hoffnung immer da, wenn der November schon Winterwetter und Kälte bringt, dann wird der Winter toll. Da gibt es ein paar Gegenbeispiele, zum Beispiel der November 2007. Der war gar nicht mal so schlecht. Der war sogar kalt und brachte Schneefälle schon relativ früh, fritt im November zeitig das Wasser, wird es im Januar umso nasser. Danach folgte ein super milder Hochwinter. Der November 1993, der grätschte sowas von ab und hatte ein Tagesmittel hier von minus sechs Grad knapp. Das war ganz schön kalt und zwei Wochen Winterwetter, Anfang Dezember kippte es auf West und es wurde ein milder Winter, der erst im Februar ein bisschen kippte. Und dann übrigens der Steigbügelhalter war für den Supersommer 1994. Und dann haben wir noch den November 1989. Auch der war relativ kalt, brachte auch schon Frühwinterwetter und danach folgte ein super milder Winter mit dem damaligen Rekordhalter des sehr milden Februars. Kommen wir jetzt zum November aktuell, der nach dem amerikanischen GFS so verlaufen soll, in den nächsten rund zwei Wochen und dann bei einem Plus rauskäme, dass alle November bisher übersteigen würde mit einem neuen Rekord. Was nicht mit eingerechnet ist, ist die Invasion und was nicht mit eingerechnet ist, ist das europäische ECMWF-Modell, das deutlich kälter wäre für die nächste Woche, dazu am Schluss der Sendung mehr. Apropos kalt, das waren die Tiefstwerte der Nacht von gestern. Minus 0 Grad, 0,3 Grad waren es in Mittenwald und minus 0,1 Grad in Reit im Winkel. Die höchsten Werte hatten wir in Münster und in Helgoland. Die Höchstwerte lagen bei 8 Grad in den östlichen Mittelgebirgen, 9 Grad in der Rhön und bei bis zu 18 Grad im Südwesten. Und das ist die Wetterlage, die uns erwartet. Jetzt habe ich das Bild von der Carina hinten rausgenommen und einfach mal nur den Himmel genommen, weil es sonst zu rot und bunt alles wird. Das passt ein bisschen besser. Wir haben hier den Süd- bis Südwestwind im Vorfeld dieses Tiefs in der kommenden Nacht. Da noch eine Blase mit 10 Grad in 1500 Meter Höhe von Westen her wird es ein bisschen kühler. Da kommt eine Regenfront reingezogen und dann kommt dieses Fette hoch, diese Invasionsglocke in Glutrot genau über Mitteleuropa am kommenden Wochenende. Es geht aber relativ wenig Wind und die Temperaturen liegen in 1500 Meter Höhe bei um die 10 Grad. Übrigens, die wärmste Gegend haben wir in Europa dann in Deutschland und in Südskandinavien. Da kann selbst Spanien fast nicht mithalten. Das ist aber nur in der Höhe. Und wenn es nicht durchmischt wird durch Wind nach unten, dann bleibt das auch nur in der Höhe und unten sammelt sich kalte Luft. Da gehen wir gleich konservativ drüber. Und dann, so soll es sein in der nächsten Woche am Dienstag, weicht dieses Hoch langsam nach Osten. Von Westen kommt so ein Tiefknick reingezogen mit etwas kühlerer Luft über Westeuropa. Bei uns hätten wir aber immer noch die Wärme. Und das europäische ECMWF-Modell berechnet übrigens dieses kältere System ein bisschen weiter im Westen. Kommen wir zum heutigen Tag, wo wir mit einigen Nebelfeldern, vor allem im Südosten, starten. Die verschwinden dann. Sonst haben wir Sonnenschein und mal lockere, mal kompakter hohe Wolkenfelder. Mal gibt es nur so einen schwachen Haloring mit so Nebensonnen und dann verschwindet die Sonne wieder milchig matt. Dichter, deutlich dichter sind die Wolken im äußersten Nordwesten und im Süden der Schweiz. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen daher, ist spürbar und in den Bergen gibt es leichten Föhn. Bei Temperaturen von 12 bis 18 mit lokalen Föhneffekten von der Alb, vom Schwarzwald aus den Alpen heraus und allgemein aus den Mittelgebirgen bis zu 20 Grad. Auf der anderen Seite, das ist die Leh-Seite und die Luf-Seite, wo es gegendrückt aus dem böhmischen Becken, da sind es dann bis zu 10 Grad im Erzgebirge. In der kommenden Nacht grätscht von Südwesten ein Regengebiet rein. Das geht ziemlich fix dann in den Abendstunden und zieht sich in die Nacht. Da regnet es auch mal stärker. Morgen Vormittag hängt dieses Regengebiet immer noch an der Stelle, wird so ein bisschen gequetscht und zurückgebeult. Tagsüber so ein bisschen dann nach Südosten geführt, löst sich dann erst einmal auf. Rund um die Nordsee gibt es noch ein paar Schauer im äußersten Osten, sonst setzt sich die Sonne durch. Am meisten Sonnenschein gibt es etwa vom Tiroler Unterland bis in den Wienerwald, drumherum so Hochnebelfelder, die sich um die Berge schmiegen. Der Wind kommt verbreitet aus südwestlichen Richtungen, ist sehr ruppig. Im Südosten ist der Wind ruhig. Die Temperaturen liegen im Nebel maximal bei 8 und auch im Regen bei 8, sonst bei 11 bis 17 Grad. Dann haben wir den Donnerstag. In der Nacht auf Donnerstag zieht das Regengebiet durch, liegt dann am Donnerstag mit letzten Schauern im Südosten Bayerns und auch von den Tauern bis zu den Karawanken fällt noch Regen, sonst scheint häufiger die Sonne. An der See sind dichtere Wolken unterwegs, dazu ist es sehr windig und die Höchstwerte erreichen 9 bis 16 Grad, also 1 Grad mehr, als wir die letzten Tage noch darüber berichtet haben. Am Freitag dann zieht so eine Sichel an hohen Wolkenfeldern nach Osten. Das Hoch baut sich langsam auf. In den Niederungen im Südosten bilden sich schon erste Dunst- und Nebelfelder, die mal längere Zeit halten können. Hier dreht der Wind ganz, ganz schwach auf östliche Richtungen. Im Norden ist der Wind noch spürbar aus Südwest. Bei 8 Grad maximal in den Dunstgebieten, sonst sind es 12 bis 18 Grad. Am Samstag haben wir in weiten Teilen Bayerns, teils in Baden-Württemberg, Schweizer Mittelland, in Oberösterreich, teils Salzburg, Niederösterreich bis Wien und rund um das Böhmische Becken immer mehr Nebel, sonst weiter viel Sonnenschein, wenig Wind noch in den Niederlanden und rund um die Nordsee. Bei Höchstwerten von 10 bis 15 im Nebel kaum 5 Grad. Und am Nordrand der Eifel, des Hohen Fens, Westerwald, Wien, Gebirge, Weser, Bergland sind bis zu 17 Grad drin. Am Sonntag dann immer mehr Nebel und Hochnebel. Wenig Wind im Südosten wird es wahrscheinlich alles zugleistern, mehr und mehr. Ab den Mittelgebirgen nord- und nordwestwärts ist es sonnig mit wenig Wind. Und Höchstwerten im Nebel von nur noch ein paar Grad plus, sonst mit Sonnenschein 8 bis 14, mit lokalen Föhneffekten und in den Bergen bis zu 19 Grad. Und wenn wir das jetzt alles über einen Kamm scheren, was das amerikanische Modell für die nächste Woche macht, von Montag bis Mittwoch, dann haben wir im Südosten weiterhin den Nebel. Auch von Polen ziehen immer so Hochnebelfelder rein. Im Westen kommen Wolkenfelder herangezogen durch das sich nähernde Tief. In den Alpen ist es sonnig, 0 Grad im Nebel, 15 Grad im Sonnenschein. Das europäische ECMWF-Modell, auch übrigens alles konservativ. Die Temperaturen können auch weiter unten liegen. Eher eine östliche Strömung, da haben wir den Nebel grundsätzlich dann mehr so im Dreieck von den Alpen über die Alp bis in die westlichen Mittelgebirge rein. Auf der anderen Seite scheint die Sonne. Auch sonst ziehen von Polen, Tschechien und Oberösterreich immer wieder Hochnebelbatzen durch. Im Westen eher sonnig. Höchstwerte minus 3 bis plus 12 Grad. Auch konservativ gerechnet. Warum? Schauen wir auf die Wetterlage für kommende Woche Mittwoch. Der Hauptlauf des europäischen ECMWF-Modells. Hier haben wir Deutschland. Die Hochdruckglocke am Boden. Die Hochdruckglocke in der Höhe. Und hier kommt so eine Wulst herangezogen mit einem Höhentief und Temperaturen in 1500 Meter Höhe, wo die minus 5er Isotherme dann den Osten Mitteleuropas erreicht. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass es in 1500 Meter Höhe und so treppchenweise jeweils runterzieht die Kälte dann weiter zu uns. Wahrscheinlich wird es da dann, wenn überhaupt, nur noch ein paar Grad plus haben. Und das amerikanische Modell macht dieses Hoch weiter im Osten. Und wir kämen in den Einfluss aus Westen, mit der etwas mildere Luft herangeführt werden würde. Zwar ist es in 1500 Meter Höhe sogar ein bisschen kühler mit nur 0 bis 5 Grad. Aber da haben wir West- und Südwestwind mit Durchmischung. Und das hier aus Osten wäre einfach in Bodennähe kälter. Jetzt hätten wir es fast. Nehmen wir noch ein Ensemble und zwar für die Mitte Deutschlands. Ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Das berühmt-berüchtigte Klimamittel. Und die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Da haben wir einen großen Wärmeberg. Es sind fast 10 Grad mehr in 1500 Meter Höhe als üblich. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir eine Inversionswetterlage haben. Im Sommer wird das eine irre Hitze geben, aber jetzt nicht im Winterhalbjahr. Wenn es das durchmischen würde mit kräftigem Südwind, dann hätten wir 20 Grad plus x. Aber das wird eben nicht kommen. Das stützt eher noch die Inversionswetterlage. Die wird dann abgebaut. Die Temperaturkurve geht ins langjährige Mittelrhein. Ab und zu sind ein paar Niederschläge dabei. Und die Läufe, die hier unten sind, die wären auch für Frühwinterwetter gut. Da hatten wir gestern noch drüber gesprochen. Und der fette grüne hier, das ist der sogenannte Hauptlauf, der wieder ganz oben mitturnt. Und jetzt kommen wir in den letzten Teil, für den sich ja ein paar interessieren. Und zwar wieder nach dem CFS-Modell. Ich werde da jetzt noch ein bisschen was zu sagen, weil ich die ganzen Läufe durchgegangen bin. CFS-Modell berechnet auch viermal am Tag für viele Monate im Voraus. Und da schauen wir dann nach, wie viel Winterwetter wäre denn da möglich mit dem ersten Wintereinbruch, wo zwei Drittel Mitteleuropas dann auch Frost und Kälte hätten. Und das wäre nach dem sogenannten 18er-Lauf eben am 28. November. Also in ein paar Wochen schon hätten wir dann diesen schwachen Trog, wo es mal runterschneien würde. Wenn nichts unbedingt nachhaltig ist, aber wenn das hoch drüber kommt und dann immer mal wieder kleine Schneefallgebiete, könnte es zumindest ein bisschen einwintern. Der sogenannte 12er-Lauf macht das ähnlich am 29. November mit dieser schwachen Tiefdruckschüssel in der Höhe. Und je schwächer das Ganze ausgeprägt ist und isolierter, desto sicherer ist dann auch Frühwinterwetter. Beide Läufe zeigen übrigens eine erste relativ winterliche erste Winterhälfte im November und Dezember oder hauptsächlich im Dezember. Und dann käme eigentlich überhaupt nichts mehr nach. Das wäre ein super Mildwinter zum Teil, wobei es knapp ist. Die Kälte ist nicht weit weg. Wir sind zu einer Grenzwetterlage zwischen Dauermild und eher einem kälteren Block im Osten. Der sogenannte 6er-Lauf war für diesen Zeitraum November und Dezember nicht ersichtlich, aber später dann auch gleich noch was dazu. Und dann hätten wir noch den 0er-Lauf, der für den 16. Dezember auch Sonne, nicht Fisch, nicht Fleisch, Lage bringen würde. Mit einem schwachen Höhentief, aber genügend Kälte, um erstens mal Winterwetter zu bringen, mit Schnee im Advent. Und diese würde sich dann auch bis über die Weihnachtstage hinaus und Richtung Jahreswechsel ziehen. Sieht für den Frühwinter im Dezember, dass da mal ein, zwei Wochen dabei sind, gar nicht mal so schlecht aus. Hinten raus, auch dieser Lauf, 6er und der 0er bringen kein richtiges Winterwetter. Aber der Winter käme dann, das zeigen alle Läufe, im Laufe des Februars und auch im März nochmal so richtig reingegrätscht. Und da habe ich jetzt von den beiden Läufen, dem sogenannten 6er und dem 0er mal zwei Karten rausgefummelt. Einmal hier, das wäre dann für Mitte März ein kräftiges Tief über Italien mit einer Nordostlage, da wo es wirklich keine Sau mehr braucht. Mit dem Schnee hätten wir auch noch hochreichende Kaltluft und Temperaturen in 1500 Meter Höhe von minus 10 bis minus 15 Grad. Das gäbe nochmal Dauerfrost und Schnee, kurz vor dem kalendarischen Frühlingsanfang. Der klassische Märzwinter käme dann nach diesem Modell, wird auch immer mal wieder berechnet. Und der andere Lauf, der 6er, der zeigt das Ganze für die letzte Februardekade. Auch eine Karte hier mit einem Hochdruckgebiet von Mitteleuropa bis nach Skandinavien rein. Da hätten wir das milde Tief auf dem Atlantik und das kalte Tief hier über Osteuropa. Und da habe ich gedacht, interessante Karten. In 5,5 Kilometer Höhe, tiefes Geopotenzial. Was würde denn eine Luftmasse dahinter stecken in 1500 Meter Höhe? Und darum zeige ich euch die Karte. Wow, das wäre ein ganz schöner Block von extremer Kälte, die dann nochmal kommen würde. Sowas hat es, glaube ich, 2005 war das. Da hatten wir Ende Februar, Anfang März auch mal so eine Lage, wo eine solche Luftmasse kam, wo wir sogar Anfang März Abweichungen von 10 Grad unterhalb des langjährigen Mittels hatten. Das ist dann nochmal reingegrätscht. Ist dann meistens so, dass wir relativ milde Kernwinter haben und hinten raus kommt es dann nochmal. Soweit das bisschen Spekulation. Schönen Dienstag.